Also ich will ja jetzt dich stören oder so, ähm, wusstet ihr, dass ich einen YouTube-Kanal hab? Also der Link wäre hier so, vom Ding her, äh, also ihr könntet den ja mal kurz rein haben, weil ich hab fast 200k. Und, äh, also einfach so, mach Live-Counter und 100 Subs dazugekommen, Macher. Ja, also, passiert da irgendwas, oder? Eigentlich will ich meine 200k on-stream schaffen. Oh! Oh! Da kommen welche dazu! Ja! 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 Ja, weiter hoch, ich schick nochmal Link rein. Hier, Kanal. Ich dachte, ja, okay, 1000 kriegen wir jetzt, glaub ich, nicht hin. Aber wenigstens, komm! Ja, ja! Okay, jetzt nur noch 1000. Gehen wir jetzt hausend auf Quikid, nee, oder? Äh, äh, nur noch. Fuck, topper, Platte, mach ab. Ja, Bruder, warte, ich rufe kurz ab. Macher, dass du wirklich machst! Aber für die jetzt nicht wissen, er macht, äh, er macht so YouTube-Videos über mich, die halt, äh, ja, ein paar Klicks haben und er macht halt auch Geld damit. Und er hat jetzt abgegeben davon. Und er hat jetzt abgegeben davon. Bisschen, 50 Sub-Gibs. Dankeschön! Macher, was du machst! Die anderen stecken in ihre Tasche, du machst! Dankeschön, Hobie! So, und später claim ich dich, damit ich dann alles bekommen, plus 15... Nee, das geht's selbstverständlich bekommen. Alle, die bei Papua-Platte irgendwas reinschreiben, kriegen Per-Bahn. Das ist absolut cringe. Ich mein, hört auf, das ist, wenn ihr, an Bots, wenn ihr das seht, bannt die Leute weg für eine Woche. Das ist ultra-giga-unangenehm. Also, ab jetzt. 400, wir warten. Der Instagram-Post ist da. Äh, ey, Maika, danke für den Twitch-Prime-Sup. Danke, 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 danke schön. Ja, alle, alle sind bei Kevin Rheinstein-Werben gebannt. Das ist... Unangenehm. Auch gute Musik an? Ja, was denn, wer für welche? Äh, ich hab' ein gutes Lied. Da ist ein Stranger in mein Bett. Da ist ein Party in mein Herz. Glitters all over the room. Pink Flamingos in the pool. Eiswag like a mini-bar. DJs pass like in the yard. 200! Pictures of last night in it up online. Unscrooed. Oh, well. It's a blackout blur, but I pretty sure it... Damn! Last Friday night. Yeah, we danced on tabletops and we took too many shots. Last Friday night. Vielleicht nur noch 100, Digga. 150! Man, Alter. Kannst Kevin callen, Jungs? Ich, das... Ich wollte Kevin gar nicht callen, Digga. Man, jemand hat aus Joke reingeschrieben... War wahrscheinlich auch Sirius und ich hab' das Joke so getan, als hätt' ich ihn angerufen, Digga. Warum hat keiner den Joke gecheckt? Noch 100! 90! 80! 70! Mann, ich wollt' ihn gar nicht anrufen, Digga! Noch 50! Digga, 200.000, Juge. Ich war sehr lange stuck bei 100.000. Über ein Jahr. 15! 14! 10! 200.000! Danke, Jungs! Ja, okay, sorry! Ja, 200.000 ist richtig scheiße! Verlooten hat 4.800.000! Äh, 4.800.000! Sorry! Sorry, Bruder! Warum freu' ich mich überhaupt, Digga? Dankeschön, Jungs! Danke, 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 danke schön! So, Alter, wie sieht's aus? Sieht geil aus? Boah! Ne zwei, Digga! Untertitelung des ZDF, 2020